Eine Meditation über die Freiheit, geschrieben von anarchistischem Sprachkünstler Bert Patenfuß. Es gibt keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Es gibt keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Die Freiheit ist eine Schimäre, schlägt stets in einer Affäre. Die Freiheit wird nicht kommen, die Freiheit wird sich rausgenommen, durch tätige Befreiung abgetrotzt, in die Fresse der Feinde gerüstet. Es gibt keine Freiheit in der Diktatur der Bourgeoisie, Demokratie genannt, Sklaverei ist gemeint. Es gibt keine Freiheit in der Diktatur des Proletariats, bestenfalls tolerant. Die Freiheit wird nicht kommen, die Freiheit wird sich rausgenommen, wird Staatsapparaten abgetrotzt, in die Klos der Büros gekotzt. Es gibt keine Freiheit in der Diktatur, der Bourgeoisie, Demokratie genannt, Sklaverei ist gemeint. Es gibt keine Freiheit und ein Diktat der Militärindustrie, Faschismus genannt. Die Freiheit wird nicht kommen, die Freiheit wird sich rausgenommen, durch militanten Widerstand, mühsame Rungen, Land für Land. Das auch, wenn wir einen Diktatur des ProAmerica tun, mit personalisierung betrotzt, in der wanne one ?" ë´s nicht Donc Enlight side Instead, auf und damit werden wir doppelt, die Berge auf den Diktatur, für seinen Flachmitt aller Diktatur, wir müssen NE desserts entschieden, unser Leistung Gäste siten nicht auf dem Ort, das ist eine zukünftige Welt, dass wir den Menschen mit einem воIN-Stand aus sich silben können, das ist ein sein. Natürlich ist ganzな Abistuch für worssi von der Christena-Telehr dazu. Die Freiheit wird nicht kommen, die Freiheit wird sich rausgenommen. Der Aufstand der unterdrückten Masse schwebt hinweg, die herrschenbeklassend. Es gibt keine Freiheit, unter einem magischen Matronat, Urgesellschaft genannt. Bestenfalls Toleranz. Es gibt keine Freiheit, unter der Führung der stärksten Amorphismus genannt. Bestenfalls Toleranz. Die Freiheit wird nicht kommen, Freiheit wird sich rausgenommen. Frisch geschläft in den Weg von uns verrecken, abgeheckt. Es gibt keine Freiheit, in der keulenschwingenden Horde. Selbstbezeichnung unbekannt. Guten Appetit. Es gibt keine Freiheit, im Rudel, unter einem Leitwolf. Selbstbezeichnung unverständlich. Guten Appetit. Die Freiheit wird nicht kommen, Freiheit wird sich rausgenommen. Und dann, auf die Fuchtbilden geschissen. Und einfach in die Flucht gebissen. Es gibt keine Freiheit, im Trott der Herde, dem Fürzen des Leithandels folgend. Toleranz unbekannt. Und die Freiheit wird nicht kommen, Freiheit wird sich rausgenommen. Den Armeln in die Schlucht gestürzt. Und den Gestritt, die Zweige gekürzt. Es gibt keine Freiheit, unter der Erde. Gesetzmäßig bewegt die Lithosphäre. Und die Begriffe sind doch unbekannt. Es gibt keine Freiheit, im Erdkern. Es gibt keine Fragen. Nickel, Eisen und Kobalt haben das große Sack. Die Freiheit wird nicht kommen, Freiheit wird sich rausgenommen. Stein, waren wir doch alle schon mal. Durch Erkörung werden wir Metall. Es gibt keine Freiheit, im Atomkern. Dort geht alles ausnahmsweise in seinen geregelten Gang. Es gibt keine Freiheit, in der Regel, im Trudeln der Revolte, springt die Qualität. Die Freiheit wird nicht kommen. Die Freiheit wird sich rausgenommen. Die richtige Schwingung im Gang. Die Schulung, Tanz, Zweck. Die Freiheit wird nicht kommen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020